Naja, okay, du kannst mir hier alles richtig machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich da oben lang bin, das Tattoo, oder? Ne. Okay, und jetzt? Ja. Da oben komme ich, glaube ich. Okay, nächste Überlegung. Ähm, nö. Ach, so muss ich das machen. Tja, wieder auf die Statue rauf. Und da rauf, und da rauf, und hier hoch, und hier rüber. Und hier rauf, und hier rauf, und hier rauf, und hier rauf, und dahin, und hier rüber. Es gibt immer einen Weg. Soll das wahrscheinlich heißen. Kehr nur. Was? Habe ich irgendwas verpennt? Was? Die Erinnerung, ähm, ja, von acht Minuten beenden? Das habe ich aber nicht gewusst. Wieso stirbst du jetzt nicht? Ach. Ja, da oben muss ich auch auf jeden Fall noch hin. Oh, die Erinnerung. Wie soll ich das dann bitteschön im ersten, in acht Minuten schaffen? Und da oben auch noch hin müssen. Und mir einen Weg dahin bahnen. Ähm. Ich muss da erstmal hin. Das hilft nix. Wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Ja, es ist jetzt eigentlich egal wie es da weiter geht. Ich muss jetzt... Na ja. Nein, du sollst nicht. Ich brauche einen Weg nach da oben. Ich komme gar nicht hoch. Okay, dann muss ich hier wieder runter. Ja, acht Minuten, Leute. Ich finde das ein bisschen krass, das einfach so einem Neuling zu geben. So von wegen. Das müsst ihr übrigens in acht Minuten schaffen. Das ist mir egal, ob du das kannst. Ja, ich muss da vorne. Also, das finde ich jetzt ein bisschen flüss. Weil ich gucke mich ja wirklich hier gut um. Und ich versuche doch eigentlich nur, alles nicht zu verpennen. Aber ich bin eh nicht so der Zeitspieler. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt daneben springst, dann bist du da voll der Nation. Und jetzt brauchen wir noch die zweite Wölfeflacke hier. Und die kriegen wir jetzt auch noch. Ja, die zweite Wölfeflacke. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die wichtig. So, tschau. Oder noch am besten ohne Leben bestehen. Ja, wie soll man das denn beim ersten Mal schaffen? Ohne das zu wissen. Wo bin ich jetzt? Da ist eine Kiste. Okay. Keine Ahnung, wo ich bin. Nicht nett. Okay, nicht nett. Aber jetzt weiß ich wenigstens, worauf ich mich hier einlasse. So. Da geht's nicht lang. Ja, nun? Ach, guck mal an. Butcia, butcia. Ja. Ja, hier schmerzt irgendwie wenig, aber okay. Lass ich mir fallen. Ja, ich hab keine Ahnung, wie's hier lang geht. Aber keine Ahnung. Hä? Hier ist ja auch eine Ahnung, ne? Hab ich ja schon festgestellt, so. Okay. Ey, was war das? Achso. Okay. Ah, das macht Sinn, ne? Ja, sehr, sehr verlockend. Ja. Kiste? Da hinten war eine Kiste, die wir uns aber noch nicht geholt hatten. Ist mir jetzt aber okay. Kisten sind nicht so wichtig, da sind nur Schätze. Obwohl alle Schätze kriegen das, glaube ich, auch ziemlich wichtig. Deshalb holen wir uns jetzt alle Schätze. Ich lass dich fallen. Ich glaube, die andere Schätze hat das andere Schätze vorgelegt. Kann sein. Das wäre jetzt ziemlich doof, da muss ich dann nochmal lang. Ja, hätte ich. Mist, ich muss dann nochmal. Ähm, da. Ich muss ja nochmal hoch. Ja, ich muss in die Richtung. Nein, Süßer, ich muss in die andere Richtung. Ach, Mann. Das ist... Bist du schwer verbegriffen, oder was? Also, Lera kann das. Ja, das ist... Das ist wahrscheinlich erst wirklich schwer zu verbegriffen. Also, ich möchte ja hoch. Kann ich. Mensch. Ja, und nun? Da ist seine Flacke. Ja, die muss ich als erstes. Das ist mir schon klar. Ja, du musst hier nicht deine Künste. Du kannst das einfach auch ein bisschen igniilen. Wenn du Bock hast. So, wie komme ich da hoch? Wie komme ich an diese Flacke? Hm. Ich muss da eh ganz hoch, aber... Es sieht hier echt ekelhaft aus, Leute. Ekelhaft. Hier liegen ja... Überall diese... Nee, da will ich. Mann! Da vorne auf jeden Fall komme ich ein Stück weit hoch. Aber dann bin ich da. Dann kann ich da hin. Dann... Nee, ja, ich muss da vorne. Da komme ich nicht hoch. Ähm... Komm, an den muss ich doch irgendwie rankommen. Ach, über den Altar, ja. Das hätte mir auch einfallen können. Okay, ich glaube, jetzt weiß ich, wie ich hier lang muss. Und solche Passagen machen mich irgendwie total müde. Aber ich bin heute eh... Ich bin heute eh total müde, von daher... Ist das nicht so müde. So. Ja, los. Ich bin jetzt... Ich bin nicht mal da rüber. Ich bin nicht mal da rüber. Ja, dann musst du wieder hoch, Süßer. So. Und da lang. Und hier lang. Und hier lang. Und hier lang. Und stopp. Ich bin nicht mal da rüber.